Ich bin wieder durch. Machen wir. Ich enrage den Typ hier dann. Ihr könnt auch gerne das mit den Chains ansagen, wenn ihr da getargetet seid, dass die beiden das mitbekommen, weil manchmal geht das ein bisschen unter in den ganzen DBM-Kram. Barrocks, musst du noch stacken, Jörn, ne? Ne, ne. Bleib mal trotzdem hier. DBM? Was ist DBM? Bessere der beiden Allons. Deswegen, das Limit jetzt auch. Big Bricks. Andere, die Kopfhörer von Messert. Grasp of Death. Transition. Three. Three. Two. Hat Mego schon Raw gemacht? Ich hab ihn ja schon gemacht, ja. Ich hab keinen bekommen, deswegen. Ich hab's ganz ganz kurz vorher gemacht. Ich hab auch keinen bekommen, wenn das gestorben ist. Ich hab da einige nicht in Rang schauen. Weg von Rost. Weg von Rost. Ich hab das Rote. Frag die Spell. Remnant Grass-Soul-Jagars-Echoes. Hinterm Boss noch mit zur Augen. Du kannst mir das alleine lassen, als Tink. Alter, wie viel Damage machen das da. Plastik. Nächstes wieder da einer. Mille stehen gut für Master-Soul. Komm gleich. Ich mach. Ja. Bei der Mille ist auch Socken. Nimm das Fern-Boss. Im Boss? Rot einer. Im Boss sofort. Ich hab mich ruhig alleine nehmen, Amphi. Ich hab das ja auch. Und äh... Ich sterb, glaub ich, davor, ne? Na, Gott. Gerade ist auch nicht. Kein Raw. Auch nicht. Fock. Ich will den Boss aber ansteigen, wenn er so steht. Äh, Cripp raus. Kann doch schreien, wenn ich drin stehe. Kann damit stehen bleiben. So. Reden. Weg von Rot. Ich nehm das vor'n Boss. Ich freue mich. Ich hab die Sklapp von Dark. Ich bin in die Milis rein. Noch einige Leute, die haben auch gar nicht gesorgt an mir, ne? Ich bin auch super schnell weg. Wenn irgendwo ein Magic-Ding ist, würde ich's halt ganz saugen, dann hab ich... Was denn? Spielspaar? Okay. Barock, Spielspaar, dann kann ich saugen. Ich hab keine Sack mehr. Das ist nicht schon weit. So, Untermuss. Park weg. Oh. Oh fuck. My bad. Mega noch gefährlich mit dem Dot. High energy of death. Remnant of forgotten torments. Remnant. Soulforge heat. Remnant. Soulforge heat. Soulforge heat. Transition. Warte, wie schnell die weg sind. Ja. Munro. Two. Hungering mist. One. Hungering mist. One. Hungering mist. In dem Boss. Und steht hier nicht wieder... Zwischen Rot und Boss, ne? Zwischen Rot und Boss, ne? In dem Boss. In dem Boss. Immer noch in dem. Wir werden den Tanks nicht unterstützen. Wir schaffen das Loch, ne? Ja, aber da waren alle genau. Oh man, alter. Einmal spread noch. Einmal spread noch. Master Spell auf T-Mail, dann könnt ihr mich auch mal treffen. Dann könnt ihr mich auch mal treffen. Gibt zwei Master Spell zusammen. Wir nehmen das in den Bossen. Im Boss? Ja, perfekt. Wir machen das schon wieder. Ja, wir machen das schon wieder. Das, äh... Nehmen wir einen Boss, weil du drei Midi-Dinger hast. Alles gut. Das ist drei, das ist kein Problem. Ich hab vorhin zwölf gehabt. Sagt die Spell, wenn ihr habt. Danke. Second Potion. Oh, da noch. Einmal Ketten noch. Achtung bei Rot. Falls Flächen noch mal... Okay, komm, nicht mehr. Oh, der Kasse noch. One edit mich einfach. Okay. Dann wird das wahrscheinlich gleich abbrechen. Oh, ich... Ja, oder so? Ja. Alles schon. Schickern die jetzt noch? Ja. Ne, ne. Wir machen halt aber kein Damage. Ich fang mit Armit Bubble zu tanken. Wischen du. Das, wenn ich taunen soll. Noch drei Sekunden. Zwei. Eins. Jetzt. Danach tu ich einen Kiten mit. Dann haben wir den Grab geben. Ich muss das fernchen. Oh. So. Das bis... No. Muss gehen. Wir haben den Pod. Für den Grab. So zwei Sekunden noch. Dann bräuchte ich wieder einen. Perfekt. Jetzt werde ich sterben. Ja. Das schaffe ich dort. Malgo Turtle? Ja. Malgo Turtle hat keiner noch mal sechs Sekunden. Ah, zu spät. Hast du dich totgestellt? Ne. Ach so. Ach so Agro. Hey. Kitascha hat getarnt. Ah. Ich hab jetzt nochmal zutails. Ich hab nicht getarnt. Ich bollete nach. Dann einfach Agroverlust. Drei. Und durchstellen. Lauf Milko. Tue ich schon. Hi. So ein dummer Boss. Ja. Ah Struction Ember. Yes. Geil. Wenn man diesen Dot hat, ist man einfach safe tot. Ohne. Absolut krassen Sigle Heal. Also er...